An diesem Wochenende rechnet der ADAC vor allem im Süden mit Staus. Viele Urlauber in Bayern und Baden-Württemberg starten jetzt in die zweite Urlaubswoche. Im übrigen Deutschland sind auf den Straßen in die Naherholungsgebiete und zu den Küsten Staus durch Ausflügler programmiert. Mehr Zeit einplanen sollten sie auf den fernen Straßen zu und von den Küsten und auf der Strecke zwischen Köln und Lübeck. Betroffen sein werden auch die gesamte A7 von Füssenreute bis Flensburg und die A9. Mit Staus rechnet der ADAC auch auf der A3 Frankfurt-Passau, auf der A5 von Basel bis zum Hattenbacher Dreieck, zwischen Heilbronn und Nürnberg und auf der Strecke von München bis Karlsruhe. Etwas länger wird es rund um München dauern und außerdem zwischen Salzburg und München. Dazu ist die A93 in Tal Dreieck-Hufstein betroffen, die A95 bis Garmisch-Partenkirchen und schließlich die A96 München-Lindau. Auf den wichtigsten Strecken im benachbarten Ausland erwartet der ADAC insbesondere am Samstag lebhaften Reiseverkehr, sowohl in den Norden als auch in den Süden. Mit Behinderungen müssen sie vor allem auf folgenden Strecken rechnen. In Österreich auf der West, der Tauern, der Inntal, der Rheintal und der Brennerautobahn. In Italien auf der Brennerautobahn, auf der A23 und zwischen Verona und Triest und an den Küsten. In der Schweiz kann es von St. Gallen bis Bern, zwischen Luzern und Chiasso sowie auf der St. Bernardino-Route voll werden. Übrigens, jetzt müssen Sie wieder mit Wartezeiten bei der Einreise nach Deutschland rechnen. Außerdem kann dann den Übergängen zwischen Kroatien und Slowenien strenger kontrolliert werden. Schauen Sie nach vorne. Kommen Sie gut an!